halli hallo hallöchen meine lieben freunde ich bin der onkel und ich begrüße euch wieder zu einem kleinen angezockt und zwar heute band and at ja das ganze ding ist wieder ist ein single player und ja wie gesagt mache ich ja keine sinnlosen single player let's place mehr sondern es kommen jetzt mehr angezockt und habe ich mir gedacht das spiel das zock ich jetzt mal das war echt lustig aus muss ich sagen es gibt es auf steam für 8 euro keine ahnung ist aber kommen das team ist unten in der video beschreibung und wenn er natürlich noch mehr solche angezockt ziehen wollte hier auf dem kanal dann könnt ihr gerne abonnieren oder ein däumchen da lassen es war auch schön und vielleicht sogar kommentar darunter lassen wie euch hier das spiel gefällt wenn ihr das denn seht ich glaube für viele ist das kein begriff und ich habe auch nicht sehr viel zeit muss ich sagen wir werden gleich ein projekt noch anfangen müssen wollen aber ich ziehe jetzt einmal waren angezockt durch und schaue mir das mal an da habe ich mich richtig bock drauf das ding anzuschauen aber ich habe wie gesagt keine ahnung wie es funktioniert es ist jetzt das erste mal dass ich dieses spiel spiele dieses bern hier ist so eine kreative und kreative und dave in front at the first hand ist okay er hat den ersten und sie wurden freunde ja dann hat ein showmaster von ihm gehört der hans und hat sie gefangen genommen er benutzt sie das bin ich und das ist ben benutzt sie um die größte gameshow zu veranstalten oder hat eine kreative und ja und dafür benutzt er jetzt uns der zombie will jetzt natürlich seinen freund retten wir sind der zombie und der kleine junge ist den wir retten sollen und hier sehen wir auch schon dass es ben und hier sind wir sind ein sehr sehr sportliche zombie sehr schön sie können springen und hier noch was machen nein hans kerse ok das ist hier hans gedöns randet ok dann schauen wir uns auf uns zukommt also wie gesagt ich habe das vorschau video gesehen und ich habe mich bei den kursen der vorschau video schon kaputt gelacht und das muss ich unbedingt spielen und euch das natürlich auch unbedingt zeigen slowdown langsamer rennen langsamer rennen ok mit mit dings ne chapslack ne nicht chapslack chapslack ist ja die andere ok mit lehrtaste springen wir das haben wir auch schon hier wieder rein hier kann man noch eine dosis sammeln das stelle so eat or lose how far what you go ja guten hunger diggaum ich muss sagen hier ist wieder hans sieht überall gleich aus oh was haben wir hier ok ducken mit äh ok das ist halt auf C äh ok das ist aber das stag zum ducken ist immer so ein bisschen krampfhaft würde ich sagen ich habe das lieber auf C ok da kommen wir noch nicht rein sondern hier äh hier kann man ach so man kann hier rollen ok und dann kann man mit der rechten raus das den kopf abnehmen und äh ja oh ok ähm ach so ich muss jetzt wieder hehehe ja ok das ist natürlich ultra cool wabbel 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 wab Okay, ähm Nochmal Es gibt ja keinen Mein Gott, das gibt's doch gar nicht Warum treffe ich denn das nicht? Jetzt Okay, jetzt kann ich ja Oh, okay, und jetzt sagt es mir ja auch Ich kann zurückrollen mit E Das haben dann viele schon rausgefunden Davor, denke ich mal Oh, hallo Oma Mit E kann man interagieren Okay Ja, Checkpoint Yeah Enter Ach, das ist Respawn Aha, okay Run, Dev Hier drauf, wenn ich jetzt los Gibt's denn nicht noch Büchsen Ich mein, hey Na, scheint sich zu geben Okay, dann wollen wir mal Schauen, was es hier erwartet Auf jeden Fall sportliche Zombie Run, Dead, Ed Die Dosen natürlich nicht Level completed Okay, dann haben wir jetzt hier Run, Dead, Level 2 Äh, was die Zombie so unbedeutend? Keine Ahnung Das ist immer schlecht mein Leben 2, 4, 6, 8 Leben Kann das sein? Ich weiß es nicht Wir werden es rausfinden, liebe Freunde Wir werden es rausfinden Und jetzt sind wir hier in der Arena Und äh Ich merke schon Ich merke schon Ja, Turnen muss ein bisschen leiser Und wenn nicht, dann Ja, ist halt auch Bitte auch nicht Und den Turnen Okay, wir sollen Hier rumrennen Hallo, ja, hallo Hey, ich bin der Zombie Der Run, Dead, Ed Oder Run, Dead, Ed Und los geht es Okay, wir haben schon mal Den ersten Fehler gemacht Ja, und man sieht auch schon Es ist, äh, nicht gerade Oh, okay Das, äh Ja, jetzt kann man natürlich So weiter krabbeln Und sozusagen jetzt hier Aber wir machen das nochmal Weil das war jetzt, äh Hopp Ah, fuck Ich glaube, wir müssen doch mal Ein bisschen rennen Äh, also das so machen Wir machen das einmal am Checkpoint Da wollen wir uns doch schon wieder Aufladen gehen Oh, ihr seht schon Ja, das ist nicht von schlechten Eltern Das Spiel Also nicht, nicht gerade Wow Ach, guck mal Da kommt er schon Oh, fuck Oh, fuck Okay Also, hinter uns lauf Mit einem Zombie Nicht gerade unbedingt, äh Ihr wisst schon Wow Wow Hatte ich da neben dem Spiel Kann man hier ein Hündchen machen? Oh Was hab ich jetzt gemacht? Ich hab die falsche Taste gedrückt Kann man das hier jetzt essen, oder? Man ist ja nun mal ein Zombie Ne, den Hünder muss ja auf der Taste leicht sein Wow Oh Oh Wieder falsche Taste gedrückt Oh, ja Ja, jetzt Jetzt seht das Spielprinzip Und dann ist Lauf Mit einem coolen Zombie Oh, hier drüben gibt's Dosen Oh, fuck Was mach ich denn? Okay, wir müssen auf den linken springen Da gibt's dann Oh Oh Was mach ich denn hier? Ich stell mich gerade an wie so ein Auto Tut mir leid Oh Okay Ähm Nochmal Ja Oh, jetzt nicht zu frech sein zu mir Ich Oh Au Voll Verdrängelt bekommen, okay Ja, sowas passiert Was passiert Irgendwann haben wir schon wieder so ein Messer Ja, was? Ne Huch 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 So, okay Achso Ach, das bedeutet das Mit diesem Ähm Ja, warte mal kurz Okay Ui Ich probiere mal das Ganze mal ein bisschen Ja Natürlich Oh Ich komme natürlich Oh, Alter Oh, okay Springen ist jetzt schlecht gewesen So Oh 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 Fuck Ach, guck mal Wir könnten Oh Zur Händen weiterlaufen Verdammt Oh Oh Fuck Ich bin zufried Gefrunk 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 Ja 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 Oh 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 Und los geht's Schnell, 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 schnell Oh Wart mal noch Gott Zum Glück sind wir jetzt nicht mehr so groß wie vor Na Na das schaffen wir natürlich nur mit Beinen Das ist klar Okay also Nicht die Beine von Ja Mach mal drüber Also wir sollten Das Ganze Noch ein bisschen Vorsichtiger Absolvieren Ja Ja Seht ihr Ja Total Das ist das Ja Kurz vorm Ziel Halt's mich wieder runter Das ist Ah Verdammt Meine Fresse Gibt's doch nicht Ja Lieber Run-Dead-Ad Müsste schon einiges mitmachen Looooove Ach ich darf da nicht springen Mann Das ist doch doof Nein, 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 nein Boah Und Arme ab Jetzt glaube ich jetzt das durchkrabbelt Aber das ist sinnlos Naja Das ist ähm Das ist der Onkel Der passiert Ah okay Mit Einbeinen lässt es vielleicht auch noch Überleben Das ist okay Au Aber ohne Kopf Ähm Warum mach ich das eigentlich in den Kopf Ich hätte mich doch wieder ranbauen können Okay Das hat nichts gebracht Nein Ach Wie geht das so schnell Das gibt's doch gar nicht Ich häng jetzt an der Einsteinstelle Das gibt's doch gar nicht Ja Gut einbeinen kann man verkraften Würde ich sagen Nein, 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 nein Oh 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 Scheiße Ich war zu ner Banden Nein Was mach ich denn nur hier Das ist doch Kacke Okay Ja Jetzt schaffen wir das mal Würde ich sagen Wird ja lange nicht langweilig So Komm, komm Ein bisschen gewissenhafter Hopp, 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 hopp Knobp, hopp, hopp, hopp Die Dosen Die Dosen Habe ich geschafft Checkpoint Die Hünsche zerplatzen mal wieder Oh die Sau hopefully mal Ich hole Ich, ich Oh Scheiße Da kam doch ne Oh Oh Also pass das was natürlich Kris Ja. Nein. Nein. Boah. Wir wollen den Add haben. Nein, 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 nein. Oh, Pisschen. Wieder knapp hier. Wo ist denn? Mal aufpassen, weil hier kommt nämlich Wasser und da waren zwei. Darf ich natürlich auch nicht runterspringen? Jetzt schon jemand erwischt? Ah, das war zu lang. Das ist natürlich gerade irgendwie ekelhaft, aber cool. So, cool. So, hier können wir uns jetzt mal wieder ein bisschen Regen erhören. Und da ist Add. Yeah. Nein. Wir wurden verarscht, meine Brüder. Ja. 15 für 50 Dosen Hammer, aber wir haben bloß... Äh... Der, du bist schon... Ach, der ist natürlich Meister. Yeah. Level completed. Okay, komm. 3, mach auf. Ja, das ist... Dead in Add. Nee, Add... Add in... Naja, 2 halt. Ich würde sagen, die Runde machen wir ja nochmal... Fangen wir nochmal an. Lächerlich das ganze Spiel vorausgreifen. Aber es kommen noch sehr... Oh! 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 Aber es kommen noch sehr viele Disziplinen, die... Die mir lustig erscheinen. Kopfweit, Wurf und so'n Kack. Ich würde jetzt mal hier... Ich muss aber auf die Seite. Nein! Oh! Nein! Oh! Das ist so geil! Ich würde diese Kugelherren nicht am besten. Okay. Oh! Oh! Über ein Messer. Messer, 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 Messer. Blicken! Oh! Lauf, 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 lauf. Das schaffen wir. Das schaffen wir auch ohne Beine. Yeah! Das ist leicht hier, weil wir sind noch so kleiner. Nein! Nein! Oh! Fuck! Oh! Okay. Wir wurden jetzt regelrecht auseinandergenommen. Aber es ist okay. Vielleicht sollten wir auch mal eine Dückung genießen. Das ist eine gute Idee. Ach, die Scheiße. Ich glaube, hier steht gleich... Nein! Ah! Okay, dann müssen wir durchkommen, ohne stehen zu bleiben. Wo läuft das? Nein! Wo ist mein Körper hin? Mein Körper! No! Well! Ach so! Nie ist klar, okay! Ja, warum laufe ich nicht hier die ganze Zeit eigentlich hin, ne? Sollte ich jetzt durchkommen, jetzt durchkommen, jetzt durchkommen, jetzt durchkommen, jetzt durchkommen, jetzt durchkommen, nein! Aber da ist Platz zwischen dem Doppel. Ach, ich sollte vielleicht einfach mal zur Seite gucken. Was man nicht alles so für seinen Kumpel tut. Für seinen Best-Fan. Okay, wo ist der Platz? Nein! Oh, ich... Ja, liebe Freunde. Ach. Yay! So. Wir sind aber echt langsam mit nur einem Bein. Das müssen wir mal so... Hier? Hier? Ja! Ich hab's geschafft! Mit einem Bein! Was zum... Was zum Geier! Ich muss dort meinen Kopf hinschießen! Hm... Wie das schon klingt, ich muss da meinen Kopf hinschießen! Das ist... Das ist keine regelkonformer Sport, wo man seinen Kopf hinschießen muss. Das kann ich echt... Oah! Fuck! Aber wir sind immer noch schneller als, äh... Mit einem Bein. Oh, 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 oh! Wir haben das andere Tattel bekommen nicht mehr! Komm schnell auf! Okay, schaffen wir jetzt den Kopf zu schießen? Ach du Kacke! Okay wir müssen mal hier vorgehen. Ja, wir haben es. Aber jetzt muss ich mit dem Kopf weiter rollen. Aha. Ach so, dann kann ich die Checkback ganz wieder. Dann muss ich wieder zusammenbauen. Oh, nein. Oh, Mann. Jetzt verstellt man sich aber auch so doof an. Boah. Okay. Meine Fresse jetzt aber. Hoppe. Hoppe, hoppe. Los, los. Go, go. So, nee. Die dann hier? Die dann die beiden haben einfach gebracht. Gut, das ist wundervoll. Gut. Okay. Das ist angefallen. Ja, komm schon. So gut geht es ohne Zeit. Und dann können wir es wieder regenerieren. Und das ist auch vielleicht ein super Start. Das war natürlich sehr knapp. Okay. Fehlt langsam auf mit diesen... Ich hab noch nicht so... Oh, habt ihr das gesehen? Ah, das war stylisch. Wow. Ob ich jetzt noch mal so Glück habe, da so durchzukommen, das war... Ist natürlich nicht schwierig, kann ich sagen. Doch, du Sau. Oh, der Arm ist okay, oh, der Arm ist okay. Jetzt hatte ich gerade einen Back, ich bin einfach durchgelassen, durchgelassen. Scheiße. Ich hab den Back... Mann. Ach, du Scheiße. Äh, schneller, äh, du bist schafft. Äh, schneller, äh, schneller, äh. Äh, was ist das für kack hier? So, was darf man nicht machen? Oha. Oha, war das knapp. Okay, wir haben hier einen Hammer und da einen Hammer und dort einen Hammer. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Nein, ich muss schießen. Nein. Och, Mann. Das war zu schnell. Oha. Okay. Nein. Nein. Boah, du Sau. Hahaha. Mann. Boah, boah. Mit einem Bein, mit einem Bein. Geht's noch. Geht noch. Geht noch. Geht noch. Geht noch. Geht noch. Geht noch. Boong. Boong. Oh, fuck. Au, 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 au. Los, auf, auf, auf. Auf, auf, auf. Schieß. Oha, was ist jetzt... Tschieß. Oh. Sehr schön, wir haben es geschafft. Oh. So. Wir haben wieder checkt, da kommt noch wieder Regeneron. Meine Fresse. Das ist okay. Boah, fuck. Da muss ich ja. Boah. Alter, wir hören uns mal an den Körper wieder. Ach. Oder auch nicht, wir Freunde. Oh. Das war jetzt mal. Alter. Alter, Alter. Alter. Nein, das war du. Nein. Hahaha. Scheiße. Oh Gott. Oh, was mach ich denn? Das wusste ich jetzt nicht. Ach nee, das war jetzt... Alter... Oh, da war ja... Hab ich gar nicht gesehen... Ach ja... Ist das cool... Ja, spring... Nein, spring... Hier ist irgendwo ein Star... Wo ist das Ding? Alter... Da lang, genau... Sehr schön... Nein! Du Wichser... Wichsmesser... Nein, Mann... Okay, noch irgendwo... Das schaffen wir... Ist das kein Ding? Ja, super... Sinn ist das... Nein! Ich hab das schon wieder vergessen gehabt... Okay... So... Nochmal eine Runde... Die ersten beiden durfte ich jetzt eigentlich gut überstehen... Ach... Wenn ich die Kurven schaffen natürlich heißt... Nochmal... Das ist all da... Und dann... Alright... Und dann... Und dann... Ein Tor... Ein Tor! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Alter Schreder! Oh Gott, ist das hier... Klapp! Oh... Und die Schaff! Nein, ich muss wieder schießen! Ach, Mann. Man ist dann so in seinem Run drin, dass man... Das kann ich abkürzen. Meine Fresse. Kurven schneiden ist nicht gut. Das geht nach hinten los. Oh, oh. Nochmal. Nochmal. Da ist aber da warm drin. Jetzt komme ich nicht mal an die Kurven. Alter. Noch. Futsch doch die Wanne. Ja. Lauf, Zombie. Lauf. Ach, Mann. Ach. Ach. Ich komme nicht rum. Das gibt es doch gar nicht. Das gibt es doch jetzt gar nicht. Das ist auch immer gut. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Guck mal, wir haben es geschafft. Scheiße, ja. Ach, du scheiße. Mann. Was mache ich denn nur für eine Kacke? Okay, die ersten Klinge haben wir auch mal schon ein bisschen raus. Da kann ich ruhig... Oh, oh, oh. Nein. Oh. Ach, Leute. Hahaha. So. Letzter Versuch. Wir wollen nämlich gleich die Aufnahme... Das heißt, äh, ja. Wir wollen nämlich gleich die Aufnahme beginnen. Weiter. Es ist schon so... Ah. Wo ist es denn überhaupt da? Da ist es. Ich meine, wir haben... Oh. Wir machen jetzt mal vorsichtig. Genau. Das ist auch mal eine geile Idee. Wir machen mal vorsichtig. Einmal noch. Einmal noch. Einmal, probieren wir es noch. Ach. Okay, okay, okay. Oh. Why do I eat the... Nein. Okay, das ist okay. Das ist auch noch okay gekommen. Hä? Okay, so kommt man durch. Weil wir mit dem Schießen noch so halb beschissen. Das wird aber funktionieren. Ich habe jetzt sozusagen meinen Kopf schon in der Hand. Ach, jetzt habe ich Ender geblüht. Okay, ein Mal noch. Bin ich blöd? Und ein, ein, ein letztes Mal noch. Meine Fresse. Meine Fresse. Ach. Ach. Ah, komm, ein einziges, ein einziges Mal noch. So, ja, liebe Freunde, ihr seht, es ist neben dem Fun-Faktor, dass diesen Zombie total zerschnetzeln kann, ist was, dass man diesen total zerschnetzeln kann, ist echt auf ein kleiner Schwierigkeitsgrad. Und macht auf jeden Fall fun, das Spiel, muss ich sagen. Ja, man will irgendwie gar nicht mehr aufhören hier, aber ich muss einen Aufnahmestand nehmen. Der Rebano, der war das bestimmt schon auf mich. Hui. Ach, warum? Ja, liebe Freunde, gut. Dann war es das mit Run-Dead, meine lieben Freunde. Das ist ein, ja, ihr solltet es sich aber vielleicht mal angucken. Ich weiß nicht, ob es danach noch mehr gibt hier irgendwie, nach dem sechsten Level. Das heißt, ich denke mal, die werden immer länger und immer schwerer. Hier gibt mir noch was dazugelernt, wie man hier sieht. Keine Ahnung. Ach, guck mal, es geht noch weiter, bis zu 23. Aha, 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 okay, okay. Ah, es gibt 43 Leute. Okay, das ergibt schon für mich mehr so in den Ziernern. Und man muss hier dann mit solchen Dosen freischalten. Wir haben jetzt 17 von 300. Okay, das ist sehr krass. Ja. Was gibt es denn hier noch? Select Episode. Ach so, kann man hier jetzt Episode selecten. New Game, Challenges. Keine Ahnung. Ach, die kriegt man dann erst freigeschalten bei 10 solchen roten Dingern. Okay. Options, Leave und Credits. Okay, liebe Freunde. Ja, das war es vom Angezock von Ben und Ed. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Einblick. Es hat mir echt mega Spaß gemacht, muss ich schon sagen. Es ist echt ein lustiges Spielchen. Und wie man dann auch sieht, dann wird das auf Dauer dann sogar schwer. Richtig schwer. Okay, es lag jetzt auch da dran. Ich bin auch ein bisschen nicht gut gewesen. Aber ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß, liebe Freunde. Wie gesagt, ein Däumchen nicht vergessen. Sagt mir unten ruhig, wie euch das Spiel gefallen hat. Und ja, wenn ihr noch weitere Angezockt sehen wollt oder noch weitere Let's Plays, dann abonniert einfach diesen Channel hier. Und dann geht das weiter mit dem Stuff. Jeden Tag kommen neue Videos. Und ja, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst. Und ciao.